Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Chou Bi Hui und Ilan Huang. Am vergangenen Donnerstag, den 10. Oktober, wurde hier in Taiwan der Nationalfeiertag der Republik China gefeiert. Für viele ein Höhepunkt, die jedes Jahr mit Spannung erwartete Rede des Präsidenten bzw. den letzten acht Jahren der Präsidentin. In Schlagzeilen der Woche wollen wir heute über Präsident Leithing das erste Nationalfeiertagsrede als Präsident sprechen und über die nationalen und internationalen Reaktionen darauf. Außerdem enthüllen wir, ob Chinas Volksbefreiungsarmee wieder Manöver als Reaktion auf Leithing das Rede durchgeführt hat. Zunächst einmal, um unsere Hörer und Hörerinnen nicht zu sehr auf die Folter zu spannen, tatsächlich haben Chinas Streitkräfte am Montag ihr zweites großes Einkreisungsmanöver um Taiwan in diesem Jahr durchgeführt und eben als Reaktion auf Leithing das Rede. Kurz vielleicht ein paar Details zu diesem Manöver. Das Ostkommando der Volksbefreiungsarmee hat verkündet, dass Einheiten der Marine sowie der Boden-, Luft- und Raketentruppen üben Patrouillen in Kampfbereitschaft, die Blockade wichtiger, Häfen und Gebiete, Angriffe auf See- und Bodenziele und die Erlangung einer umfassenden Überlegenheit. Das als Joint Sword 2024b bezeichnete Manöver dient auch, so China, auch als strenge Warnung vor den separatistischen Handlungen der Taiwan-Unabhängigkeitskräfte. Hat Leithing also wirklich was ganz Schlimmes erzählt in seiner Rede, dass China so wieder mal heftig reagiert hat? Wahrscheinlich eigentlich eher nicht, denn tatsächlich war schon vorher vermutet worden, dass egal was Leithing sagt, dass China trotzdem auf jeden Fall ein Manöver hier um die Insel herum durchführt. Ich will mal ganz kurz sagen, hier ein, zwei Sätze aus seiner Rede, die eben China vielleicht oder die Volksrepublik China als Grund anführen könnten, dass sie eben diese Manöver durchführen. Leithing hat in seiner Rede gesagt, die Republik China und die Volksrepublik China sind einander nicht untergeordnet. In diesem Land, also hier Taiwan, wachsen und geneien Demokratie und Freiheit. Die Volksrepublik China hat kein Recht, Taiwan zu vertreten. Das hat Leithing so gesagt in Beziehung auf die Beziehungen in der Taiwan-Straße. Wie hast du seine Rede gesehen? War sie wirklich so aggressiv, wie China hier das jetzt so vorgibt? Ja und nein, ich denke eigentlich nicht. Der hat eigentlich in einem relativ sanften Tonfall seine Rede gehalten. Und das war nicht nur meine private Beobachtung. Und viele andere Menschen oder Experten, sogar Medien waren gleich der Meinung. Er hat eigentlich mit großer Zurückhaltung seine Rede gehalten. Wie du vorhin gesagt hast, er hat immer betont, dass teilweise China nicht untergeordnet sind. Und er hat auch immer betont, China die Republik China Taiwan nicht repräsentieren darf. Und so weiter. Eigentlich fünf Tage zuvor, noch bei dem Nationalwaltagsgala, hat er dort eine Rede gehalten. Und in der Rede hat er gesagt, die Volksrepublik China hatte schon am 1. Oktober, deren 75. Geburtstag, gefeilt. Und die Republik China hier in Taiwan feilt in diesem Jahr seinen 113. Geburtstag. Insofern könnte die Volksrepublik China nicht das Vaterland der Volksrepublik China sein. Insofern hat er zwar nicht gesagt, aber man hat ihn so weit verstanden. Denn es handelt sich eigentlich um zwei Staaten. Eine in China und eine in Taiwan. Das hat er wirklich nicht gesagt. Aber Pekin hat wohl so verstanden. Und er hat später in seiner Rede zum Nationalwaltag gesagt, Die Republik China ist schon verschwunden auf dem Festland. Allerdings seit 1949 ist die Republik China in Taiwan wiedergeboren und inzwischen auch Wurzel geschlagen. Und dieses Land heißt die Republik China. Tatsächlich hat er in seiner Rede mehrmals die Republik China, die offizielle Bezeichnung Taiwans erwähnt. Also normalerweise bei vielen Vorträgen oder überhaupt im Alltag Gesprächen, dann nennen wir Taiwan Taiwan. Nur bei besonderen Fehlen oder etwas ernsten Angelegenheiten, dann verwendet man den offiziellen Namen von Taiwan, die Republik China. Und bei seinen beiden Reden hat er öfters die Republik China genannt. Und tatsächlich, manche Medien haben aufgezählt, dass er während seiner 22-minütigen Rede zum Nationalwaltag insgesamt 44 Mal Taiwan genannt, 8 Mal die Republik China genannt und 2 Mal die Republik China Taiwan genannt. Also ich denke, dadurch hat er eigentlich einen guten Willen gezeigt. Nicht nur gegenüber Pekin, sondern auch gegenüber der Bevölkerung hier in Taiwan, die eher pro China sind. Also jeder hat seinen Teil ungefähr so. Ja, vielleicht ganz kurz noch zu diesem Satz. Die Volksrepublik China kann auf keinen Fall das Vaterland oder das Mutterland von Taiwan sein, weil es ja sehr viel jünger ist. Er hatte das auch, glaube ich, aus einem bestimmten Grund gesagt, weil wohl vorher zum 1. Oktober, zu dem Jahrestag oder zum Nationalfeiertag der Volksrepublik China, haben einige taiwanische Künstler der Volksrepublik China zum Geburtstag gratuliert und es eben dann Vaterland oder Mutterland genannt. Und er hat sich dann halt in seiner Rede damit so ein bisschen dagegen ausgesprochen und hat eben die Leute gebeten, okay, wenn ihr der Volksrepublik China zum Geburtstag gratulieren wollt, könnt ihr das machen, aber bitte nennt es nicht unser Vaterland. Ja, weil das kann ja gar nicht sein, weil wir sind ja eigentlich, die Republik China ist ja viel älter als die Volksrepublik China. Das war so ein kleiner Hintergrund. Also er hatte da schon einen gewissen Grund eben diesen Fakt hier so anzusprechen. Ich hatte ja am Anfang gefragt, ob eben seine Rede so aggressiv war oder eben der wirklich eben provozierend war. Tatsächlich, und du hast gesagt, ja und nein, ich habe hier so eine Reaktion von einem Professor der Zhang Dao-Universität und er sagt, auf der einen Seite hat Leiching De die Trennung zwischen Taiwan bzw. der Republik China und der Volksrepublik China ein bisschen klarer gemacht als noch zum Beispiel Tsai Ing-wen, indem er halt dieses Jahr 1949 als klarer oder ein bisschen klarer als Trennung zwischen Taiwan und Republik China und auf der anderen Seite Volksrepublik China hervorgehoben hat. Das heißt, er hat diese Grenze ein bisschen klarer gemacht in seiner Rede. Andererseits hat er die Volksrepublik China nicht so stark kritisiert, wie er das in der Vergangenheit öfter gemacht hat. Also er hat diesmal, glaube ich, gar nicht von der sogenannten Grauzonen-Taktik gesprochen, sondern er hat im Gegenteil eben davon, er hat die Volksrepublik China gar nicht angegriffen, sondern in erster Linie eben versucht, davon zu sprechen, dass, also einmal, dass er mit China zusammenarbeiten möchte oder eben nicht zusammenarbeiten, aber dass man eben kommunizieren sollte. Er hat auch einige Beispiele gebracht, zum Beispiel im Klimawandel oder im Kampf gegen Infektion oder Viren und so weiter. Also jetzt hier ein Beispiel wäre ja eben Covid-19. Da hat er gesagt, das sind Beispiele, also wo wir zusammenarbeiten könnten, wo wir zusammen kommunizieren könnten und so weiter. Und dazu hat er auch noch gesagt, dass China ja einen sehr großen Einfluss in der Welt hat. Das ist ja auch eher so ein Lob an China oder beziehungsweise hat Chinas Stärke herausgehoben und hat gesagt, er hoffe, dass China könnte seinen Einfluss nutzen und mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um zum Beispiel eben den russischen Krieg in der Ukraine beenden oder den Konflikt im Nahen Osten, dass man das beenden könnte mit Chinas Hilfe, mit Chinas Einfluss. Das heißt, er hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass er China als sehr einflussreich und sehr stark und mächtig ansieht und hofft, dass China seinen Einfluss eben zum Guten nutzen würde. Das heißt, einerseits hat er eben klargemacht, sie sind etwas anderes als die Volksrepublik China und andererseits hat er eben davon abstandgenommen, China zu kritisieren, sondern hat gesagt, wir wollen hier zusammenarbeiten und wir hoffen, dass China eben mit der Welt auch zusammenarbeiten kann. Ja, genau. Also auf einer Seite betont Lei Qing die Wichtigkeit der Souveränität Taiwans und er wird für Taiwans Souveränität kämpfen und verteidigen. Auf der anderen Seite hat er China gar nicht verurteilt. Er hat sogar guten Willen gezeigt und möchte mit China in vielen Hinsichten zusammenarbeiten oder Dialog führen. Insofern wird seine Rede im Allgemeinen von vielen Ländern, von vielen Presse beobachtet als eine sehr gemäßigte, anpassende Rede gehalten, gar nicht provoziert. Trotzdem haben wir gemerkt, dass vier Tage nach dem Nationalfeiertag der Republik China hat Pekin doch wieder eine Militärübung rund um die Insel Taiwan gestaltet. Allerdings muss man auch sagen, diese Militärübung unterscheidet sich eigentlich auch von den letzten, nämlich vier Tage nach dem Amtsantritt von Lei Qingde in diesem Jahr, also am 20. Mai. Also am 23. und 24. Mai hat China hier eine Militärübung gemacht und das hat zwei Tage gedauert und ein bisschen länger gezogen und so. Aber dieses Mal war die Übung etwas kürzer, insgesamt 13 Stunden gedauert. Und diese Militärübung kam ein bisschen überraschend zu Ende, aber man freut sich natürlich überhaupt halbhin gut, dass das nicht weiter gedauert hat. Allerdings, es hat natürlich auch einige Änderungen gegeben, Neuigkeiten sozusagen. Viele Kämpfschiffe sind noch näher zu Taiwan, der Hauptinsel, gefahren und die Küstenwache Chinas waren auch beteiligt. Und man fürchtete, dass die Militärübungen rund um die Insel in Zukunft nominiert werden und so. Es hat ja viele Analyse und so. Aber überhaupt, wie gesagt, man freut sich schon heimlich, dass diese Krise oder diese Militärübung endlich doch Gott sei Dank vorbei ist. So schnell, also relativ schnell beendet wurde, wenn auch, wie du sagst, näher an Taiwan herum. Und auch mit einer sehr großen Anzahl, ich glaube, bei den Flugzeugen war es sogar eine Rekordanzahl von 153 Flugzeugen, hat man bei diesem Manöver festgestellt und es gibt halt Vermutungen oder Analysen oder Experten sagen halt, dass das immer mehr dazu führt oder dass Peking das dazu benutzt, um eine Blockade oder eine Quarantäne von Taiwan übt. Das heißt, Peking will üben, wie man eben internationalen Handelsschiffe zum Beispiel davon abhält, nach Taiwan reinzufahren. Zum Beispiel, wie man den Hafen Gauchong blockiert und so weiter. Und wie man eben Handelsschiffe abhält, nach Taiwan reinzukommen. Das geht natürlich nicht wirklich, solange es keinen richtigen Krieg gibt und so weiter. Aber eben, wenn die da hier rumfahren und immer alle möglichen Schiffe aufhalten, die müssen sie wahrscheinlich letztendlich trotzdem reinlassen nach Taiwan. Aber es wird sehr viel Zeit kosten und all das Ganze, die ganzen Lieferketten und so weiter, die nach Taiwan rein müssen, oder die ganzen Lieferungen, die ganzen Containerschiffe und so weiter, die nach Taiwan rein müssen, werden dadurch aufgehalten, werden langsamer gemacht und Zeit ist Geld. Das heißt, Kosten erhöhen sich auch. Das ist eben die eine Vermutung oder die eine Sorge, die man halt bei diesen ganzen Übungen hat. Andererseits hat ein Militärexperte Taiwan gesagt, der befürchtet, dass es eben so häufig wird, dass man dann eben auch nicht mehr merkt, wenn die Übung in den Ernstfall übergeht. Also da muss man mal beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Oder ob China sich vielleicht doch ein bisschen weiter zurückhält und vielleicht jetzt letztendlich vielleicht doch gesehen hat bei dieser Rede, dass Leitzing nicht wirklich so provozierend war, wie sie das hier in ihren Aussagen so zum Ausdruck gebracht haben. Also China hat ja trotzdem nach der Rede, auch wenn alle internationalen Medien ihm gesagt haben, das war eine sehr zurückhaltende und gar nicht provozierende Rede, hat eben China genau das Gegenteil behauptet und ihn als einen dickköpfigen Vertreter von Taiwans Unabhängigkeit genannt und so weiter. Und seine Unabhängigkeitsprovokationen sind tatsächlich die Grundlagen oder die Grundlagen für die Gefährdung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Das heißt, sie drehen den Ball ein bisschen um, das haben sie jetzt nach dieser Rede gesagt. Aber vielleicht lassen sie sich ja doch ein bisschen überzeugen davon im Hinterstübchen, dass Präsident Leitz doch nicht so provozierend war bei seiner Rede. Und hoffen wir, dass es dann eben nicht wirklich zu so vielen Manövern in Zukunft kommt, dass man dann wirklich nicht mehr weiß, wann ist Ernst und wann ist Übung. Ja, vielleicht in diesem Zusammenhang noch einige Anmerkungen von mir. Und zwar, ich habe eine Meinungsumfrage gelesen und die Meinungsumfrage wurde allerdings schon am Vortag, dem Nationalfeiertag, durchgeführt worden. Zuerst werden die Leute gefragt, wie denken sie, ob China in den nächsten fünf Jahren Taiwan militärisch eingreifen würde und 60 Prozent der Befragten meinen, nein, in den nächsten fünf Jahren wird gar keine militärische Invasion durch China durchgeführt werden. Das glauben die normalen Leute und zwar vor dem Nationalfeiertag, vor der diesmaligen Militärübung. Und dann, nächste Frage, wenn China tatsächlich Taiwan militärisch eingreift, werden sie für Taiwan verteidigen? Und 67 Prozent, also fast 70 Prozent der Befragten, meinten, dass die doch wirklich für das Vaterland bzw. für Taiwan verteidigen würden. Und 47 Prozent Befragten sind davon ausgehend, dass teilweise Streitkräfte Taiwan schützen können. Und etwa 50 Prozent der Befragten meinten, im schlimmsten Fall, im Krisenfall werden die USA Taiwan bestimmt helfen und sogar Soldaten nach Taiwan schicken. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, obwohl man glaubt schon, dass in der nahen Zukunft kein Krieg in der Taiwanstraße ausbrechen würde, Allerdings, man bereitet auch davor oder man ist auf jeden Fall sehr besorgt und ist auch bereit, für das Vaterland zu kämpfen. Ja, dann wollen wir hoffen, dass wir das nicht austesten müssen, ob wirklich so viele Leute bereit sind, für das Land zu kämpfen. Dann wollen wir hoffen, dass eben beide Seiten ruhig bleiben und sich nicht provozieren lassen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Am Mikrofon waren... Chou Bi Hui... ...und Yilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.